Im Mittelpunkt Hallen grüßen bitte ein Teilnehmer beliebige Wendung. Im Arbeitstemmo angraben, rechte Hand, an der langen Seite einfache Schlangenlinie, durch die Länge der Bahn wechseln, Mitte der langen Seite, Mittelschritt. Am Wechselpunkt im Arbeitstempo angraben, auf dem Mittelzirkel geritten, ein halbmal herum, durch den Mittelzirkel wechseln, danach ein halbmal herum, Mitte der langen Seite ganze Bahn, Mitte der kurzen Seite im Arbeitstempo rechts angaloppieren und auf dem Zirkel geritten, einmal herum, Mitte der kurzen Seite Arbeitstraße, Aus dem Zirkel wechseln, Mitte der kurzen Seite im Arbeitstempo links angaloppieren, einmal herum, Mitte der kurzen Seite ganze Bahn, an der langen Seite Mittelgalopp, am Wechselpunkt Arbeitsgalopp, am Wechselpunkt Arbeitsgalopp, Mitte der kurzen Seite Arbeitsgraben, Mitte der langen Seite links um, im Mittelpunkt halten. Kehrt, wenn du auf der Vorhand rechts, im Arbeitstempo antraben, linke Hand, auf die Mittellinie abwenden, in den Mittelpunkt halten, in den Mittelpunkt halten, in der Leiter bitte eine beliebige Entwendung.